so guten tag werte gäste der meson manga ich heiße euch herzlich willkommen da ist die kamera zu einem kleinen info video das nehme ich jetzt einfach mit meiner ach so grandiosen laptop kamera auf weil ja für dieses kleine heckmack mache ich jetzt nicht viel rum ich wollte euch nur letzten endes ein bisschen was mitteilen so wie jetzt momentan bisschen der stand von meson manga ist bzw was da so auf euch zukommt also geplant ist dieses wochenende vielleicht wieder ein livestream aber da bin ich mir noch nicht sicher es wäre dann höchstwahrscheinlich entweder final fantasy 9 oder genshin muss ich mir noch überlegen ich kann es auch nicht zu 100 prozent versprechen denn es könnte auch sein dass wir am wochenende bzw ich am wochenende was vor habt das kommt relativ spontan ich weiß es nicht deswegen ihr werdet es dann merken wenn ich stream oder nicht das geht leider nicht anders so funktioniert es leider ich habe da keinen oder ich kann da keinen festen plan aufsetzen was streaming angeht ihr werdet es höchstwahrscheinlich mit kriegen wenn er mir auf twitter folgt und ansonsten irgendwie keine ahnung wie macht man das die glocke leuten oder sonst was dann kriegt ihr irgendwie bescheid wenn ich streame oder sowas ich meine zumindest dass es so funktioniert richtig auskennen tue ich mich da ehrlich gesagt nicht noch nie mit auseinandergesetzt aber das könnt ihr auf jeden fall tun des weiteren dinge sind geplant ich habe vor mal wieder einen weiteren part für das nippon tagebuch zu machen ja das ding existiert und ich werde es mal weitermachen es ist ein bisschen komisch jetzt weil das neue nippon tagebuch video mit halt eben mit mir sein mit fresse und eingeblendeten bildern das ist wahrscheinlich ein bisschen spaßiger oder unterhaltsamer als die teile davor was ein bisschen blöd ist aber kann ich jetzt halt auch nichts daran ändern ich hoffe immer noch dass ein paar leute dann trotzdem noch das alte nippon tagebuch mal reinhören weil ich werde mich nicht noch mal wiederholen und ich werde auch nicht alles noch mal wiederholen sondern ich werde einfach nahtlos daran fortsetzen so des weiteren heute heute an diesem tag wo ich das hier aufnehmen und hochlade werde ich zusammen mit flo den dreizehnten teil vom sorano otoshi mono manga montag podcast aufnehmen und das wird ein podcast format das heißt da werdet ihr am thumbnail erkennen das werde ich dann darstellen werdet ihr ein symbol sehen und an diesem symbol das ist ziemlich offensichtlich ihr werdet das sehen werdet ihr erkennen oh das ist ein podcast format das heißt nur zum hören also man sieht natürlich außer meiner bilder collage nichts also kein gesicht kein gar nichts weil ich das irgendwie ein bisschen quatsch finde wenn flo sich jetzt nun mal einfach nicht zeigen möchte dass ich da jetzt meine fresse rein macht so meine reaktion wenn ich was erkläre ich weiß nicht inwiefern das so spannend ist und ich dachte mir einfach wenn man nur eine person sieht ist auch irgendwie langweilig deswegen bleibe ich dabei es wird nicht jedem gefallen das ist mir bewusst aber dann schaut es nicht ganz einfach ganz simpel auf jeden fall wird das noch weitergehen wir haben es ja vor durchzuziehen mal schauen wann das dann endet das projekt so und dann habt ihr hoffentlich mitbekommen ich habe pokémon kristall die christachroniken hochgeladen der erste teil der joto saga beziehungsweise der erste teil der des joto parts von pokémon kristall der zweite ich weiß noch nicht wann ich den hochladen ich bin mir ehrlich gesagt unsicher weil ich keine ahnung habe wann ich sowas hochladen soll ist eine woche abstand bei einem zehn stunden video ist eine woche abstand in ordnung oder ist es immer noch too much soll man da vielleicht zwei wochen abstand halten um den zweiten teil hochzuladen ich weiß es nicht ihr könnt ja gerne meine kommentare packen dann kann ich mal gucken wie das wie ich das hinkriege so diese woche wird auf jeden fall ein video safe kommen und das ist ein THX video denn ihr habt mir dinge geschickt und sollten die im laufe der zeit dieser woche irgendwie ankommen teilweise noch dann werde ich dazu etwas sagen des weiteren gibt es noch eine aktion die ich zusammen mit alex also selector vorhabe und zwar er war ja auf der doko me und ich habe ihm quasi virtuelles geld in die hand gedrückt und habe ihm gesagt stell mir einfach mal ein lucky bag zusammen du weißt ungefähr was ich mag worüber ich mich freuen könnte stell mir lucky bag zusammen von all dem möglichen kram den du da bei der doko me findest und schicks mir und sobald ich es da habe ein zwei tage später werden wir die aufnahmen starten und ich werde das dann quasi aufpacken und alex wird dann im gleichen stream sozusagen stream also in der gleichen aufnahme mit mir zusammen darauf reagieren ich bin gespannt ich weiß nicht was mich erwartet das wird auf jeden fall auch spannend wann das video hochgeladen wird weiß ich nicht was auch in der mache ist aber dazu brauche ich noch ein bisschen weil ich viel zensieren muss ist auch mit alex also mit selector zusammen da haben wir nämlich unsere eine weitere sammlung vorgestellt und da das wollte ich nicht unbedingt alleine machen weil ich jetzt auch nicht so viel in dem bereich habe wir wollten einfach mal do shinji also ero wie nicht ero do shinji vorstellen beziehungsweise zeigen was wir eben halt so haben ero manga und teilweise auch ero anime also sowas in dem kontext eher so im sinne von ero diamant mit klein paar non ero ausnahmen und da wollte man euch einfach mal ein bisschen was zeigen was wir so in der sammlung haben und das könnte vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen sein aber wie gesagt da muss ich noch fett zensieren weil da viel in die kamera gehalten wurde was youtube nicht mag ja soweit das dann gibt es gibt es noch was ich muss gerade überlegen irgendwas war noch irgendwas war noch genau dann wird ich werde ich auch eine längere pause machen immer zwischendrin also ihr werdet vielleicht längere pausen zwischen den videos haben das hat zwei gründe ich habe zwei größere projekte vor und zwar ist das zum einen beziehungsweise es sind sogar mehrere größere projekte ich weiß gar nicht die kriege ich nicht alle unter einen hut aber die sind auf jeden fall für die nächsten paar monate auf jeden fall mal geplant ich möchte zum einen wahrscheinlich nicht mit simon diesmal wahrscheinlich tatsächlich alleine weil ich es alleine einfach besser regeln kann und der simon irgendwie wenig zeit hat in letzter zeit und deswegen werde ich die monatela squad heißt das glaube ich das ist die fünfte staffel ich meine anschauen und anfangen zu schauen und da irgendwann in den nächsten monaten irgendwas zu bringen das ist geplant und dann bin ich aktuell dabei das hier zu lesen wird euch bestimmt bekannt vorkommen und zwar bastard da wird ja bald der netflix anime irgendwie um die ecke schielen aber ich will natürlich mir noch mal zum einen das original so bisschen den kopf hämmern und zum anderen auch weiterlesen weil ich habe damals gar nicht so viel davon gelesen um ehrlich zu sein vielleicht vier oder fünf bände maximal und das will ich jetzt ändern weil ich habe einiges davon und ja ich habe einiges davon und möchte das einfach mal lesen und euch dann vorstellen ob das zeitig passt ob ich es schaffe bis zum anime selbst ich glaube es nicht aber es wird irgendwann danach kommen also haltet die äuglein offen nach diesem thema und last but definitely not least will ich auch mal wieder was für die gute kategorie die ähm wie habe ich sie genannt live kamera action glaube ich so habe ich sie genannt dem format wo ich eine review quasi mache zu einem titel der naja live action ist also mit echten schauspielern oder zumindest lebendigen wesen sagen wir es mal so keine keine gezeichneten keine animierten in dem hin in der hinsicht sondern im anführungsstrichen echte wesen und was kann könnte denn echter sein als mother fucking gozira gochira und das ist eine box die habe ich schon länger hier bei mir liegen vielleicht bringt das was wenn ich vielleicht erkennt die kamera einigermaßen was dann könnt ihr mal pausieren und gucken was für filme da drauf sind da sind nicht alle drauf aber es ist im grunde so sage ich mal ich glaube auch fast mit die seriösesten filme ich glaube das einzige was ich hier nicht so spontan drauf sehe was ich sehr sehr schade finde ist der film mit violante glaube ich oder der heißt einfach nur anders und ich kenne jetzt gerade nicht aber auf jeden fall will ich mir diese filme geben und dann quasi in einem part mal so peu a peu die filme durchgehen das ist auch noch ein großes projekt von mir und ja das wäre es dann so was in der nächsten zeit auf euch zukommt und natürlich mit irgendwelchen sachen die ich vielleicht irgendwie dazwischen noch spontan bock drauf habe oder sonstiges also das ist im grunde mal so was euch erwarten könnte habt ihr da bock drauf auf was hättet ihr besonders bock drauf vielleicht kann ich das dann so ein bisschen vorschieben schreibt es gerne in die kommentare und ja wie gesagt ein thx video wird diese woche höchstwahrscheinlich noch folgen und der rest ist wie ich es zeitig schaffe wie ich es war ich muss ja mittlerweile viel bearbeiten auch das frisst viel zeit und gut ding will schließlich weile haben so in diesem sinne vielen vielen dank für eure aufmerksamkeit ich wünsche euch noch einen wundervollen tag einen wundervollen auf aufenthalt in der maison manga ich bin euer rené und ich sage wieder einmal ciao bis zum nächsten mal